In your face, bitch! Geschafft! Okay, verpiss dich, Alter, mit deinen Shaked Moves da! Muss ich das verstehen? Super Roof! Hä? Geschafft! Die nächsten drei erwarten dich schon! Okay! Wie ich mich jetzt schon freue! Die sieht geil aus! Geile Titten! Dich will ich nicht haben! Äh, Sci-Fi! Seltsam! Oh! Hey, hast du es geschafft? Das kommt als erstes! Nintendo! Grundschule Diamant! School! Wieso die alle mit Ware befreundet sind, will auch keiner wissen! Muss ich nicht verstehen, oder? Das mit Dino! Neun Voltz Haus! Mhm... Nintendo! Guck! Das mit Dino! Ja! Bei! Dino! Nein, du gehst! Hey, die haben das echt verbunden hier! Hey, die haben das echt verbunden hier! Okay... Was war jetzt an dieser Aufgabe so schwer? Boss spielen? So schnell zum Boss? Anfangen! Du elender Hund! Was? So ficken! Fuck you, Arschloch! Du elender Hund! Fuck you! Du siegst! Do not Matrix with Stereo! Neueste Meldungen! Die GBA-SP ist da! Hol dir einen! Oh, Schleichwerbung oder was hier? Schleichwerbung? Scheiß Mückenstiche, Mann! Ich verstehe diese... Ich verstehe bisher nicht die Story, äh... Den Sinn dieses Spiels, aber naja... Muss ich ja nicht! Denk ich jetzt mal! So schnell! Hey! Oh! Danke! Danke! Wow, Gary! Du hast es drauf! Ich geb' mich geschlagen! Gewonnen! Danke! Hm... Was? Es gibt mehrere Stages? Zwei Spieler. Irrsinn. Hol dir den Müll. Ich kann noch eine weitere Stage machen, oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich teste das jetzt einfach mal. Eine Riesenkartoffel? Okay. Oder kann man erst das machen, wenn man alles hier geschafft hat? Was soll die so schwule? Das ist eine Laufe für dich. Deshalb Nebraska. R Ching! Das war ein Fail. Geht mich geschlagen. Wieso geht das jetzt weiter? Achso. Jetzt verstehe ich. Das war knapp. Jetzt kommt ein Boss-Stage, oder nicht? Hallo, wie weit geht das denn jetzt? Boah, das war knapp. Jetzt kommt die Boss-Stage. Boah, ich dachte schon, dass ich das jetzt nicht packe. Ein Leben dazu. Geh, wie magst du die V? Hm, ja. Scheiße. Boah, das war knapp. Ey, ich hab's doch ge... Beste Highscore. Erneut. Nein. Nein. Eine Riesenwurst. Nein. Warte. Beenden. Ich hab's doch geholfen. Ja, ich hab's doch geholfen. Nein, nein. Achso. Achso, das sind die Highscores und man kann so oft machen, wie man will. Achso, okay Leute, ich überlasse es euch. Also ihr könnt entscheiden, ob ich das mehrmals machen soll oder nicht. Dribbel. Oh, okay. Er ist Taxifahrer, sehe ich gerade in seinem Anblick. Sein Gesichtsausdruck sagt alles. Und wohin jetzt, Gary? Ihre Stimme war wie Meer... Was, Meerestrauschen? Zehn bis vier? Ich verstehe jetzt nichts mehr. Egal. Ist es Mario? Okay, die Musik ist diesmal kacke. Oh, oh. Scheiße. Ninja. Oh, ja. Geht's mich grad verassen? Kartoffel! Ja. Power Rangers, sag ich mal. Nein. Erneut verfickt nochmal, erneut. Was ist das für eine Musik? Ach, dummer. Ich will zweimal oder drei oder fünfmal jetzt besser Menschen getötet. Ey, ich hab's geschafft! Okay, das wurde noch gezählt. Ich werde das noch in diesem Part noch machen. Ich war sc heighten. Ich werde das mit einem Moment machen. Dann geht es um alle Härты Lance. Ich habe sie als D laugh. 잖아. Ok Wann kommt die Boss-Stage? 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 Wann kommt die Boss-Stage?